eine ganz klare empfehlung schwarzwaldwässerle pansen wenn du den fuchs gerne vor der flinte oder der kamera haben möchtest gibt es nur diese empfehlung schwarzwaldwässerle pansen ich habe es probiert ich habe nicht daran geglaubt aber in drei tage habe ich 300 aufnahmen mit dem fuchs gehabt der wie besessen danach war und besonders hier im schnee muss es wohl sehr gut gerochen haben es wechseln sich vier füchse hier ab und suchen immer wieder an der gleichen stelle selbst wenn lange nichts mehr da ist kommt der fuchs immer wieder wunderschöne kerle angelockt mit dem schwarzwaldwässerle ein super geniales lockmittel ich kann es dir empfehlen so 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 so